Ja hallo Leute, herzlich willkommen zu FilmlimaTV, nochmal zu einem neuen Video. Ich weiß, es waren dieses Jahr leider nicht so viele Videos, wie ich eigentlich vorhatte zu machen. Es warten noch jede Menge Filme darauf, kritisiert zu werden und analysiert zu werden und natürlich auch auf eure Meinung zu den Filmen. Ich denke, dass sich im letzten Jahr einiges ändern wird hier bei FilmlimaTV. Ich werde auf jeden Fall mehr Videos hochladen und für diejenigen, die so lange warten mussten, und es geht direkt im Januar los mit den sehr, sehr tollen Filmstarts wie Frankenweenie, der neue Tarantino-Western, Jungle Unchained und man kann auf jeden Fall gespannt sein. Der Januar heimt richtig stark für Kinofans an. Und dort werde ich auch ansetzen und ich werde nicht nur Kinofilme kritisieren, sondern werde ich mich auch mal an ein paar DVDs machen und diese auch noch kritisieren. Ihr könnt mir ja mal ein paar Sachen vorschlagen, wenn ihr Bock habt, welche ich unbedingt kritisieren soll. Oder ob ich überhaupt kritisieren soll oder doch lieber irgendwelche Vlogs machen soll. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich wünsche auf jeden Fall allen Leuten, die sich FilmlimaTV dieses Jahr angeschaut und geliked haben und mich auch abonniert haben, wünsche ich einen frohen bzw. einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein fröhliches neues Jahr 2013 mit jeder Menge tollen Filmen und mit allem, was ihr euch für dieses Jahr so vorgenommen habt. Ich verabschiede mich mit diesem letzten Video in diesem Jahr 2013, mit diesem kurzen Vlog und hoffe, dass das nächste Jahr auf jeden Fall besser wird in Sachen Kritiken. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video im neuen Jahr. Euer Dennis und nicht vergessen zu abonnieren. Ciao! Resprend whoever mit dem neuen Jahr峠ge Bring the action!